Watt geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung. Ja, dass ich nicht unbedingt zu den ausgewiesenen Schönbauern in Anno 1800 gehöre, das haben die meisten, die bei mir schon mal bei Twitch.tv reingeschaut haben, sicherlich schon mitbekommen. Warum ich trotzdem jetzt mit so einem Video daherkomme und was es mit den Bauern und dem Schönbau jetzt auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, und damit wieder ein herzliches Hallo und Willkommen hier auf meinem Kanal, der Heinz. Schön, dass du am Sonntag hier wieder zum Tutorial eingeschaltet hast. Ja, in Anno 1800 gibt es ja so viele unterschiedliche Spielerfraktionen, vom Rekordbauer, der also alles auf Effizienz bauen muss oder auf möglichst gute Platzausnutzung, bis hin am Ende der anderen Seite zum Schönbauer, der sich einfach unfassbar viel Zeit lässt, für den Zahlen in Anno 1800 gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern der sich einfach nur an prachtvollen Prunkbauten und Inseln ergötzen möchte. Heute wollen wir uns tatsächlich ein bisschen mit Schönbau beschäftigen und vor allem der Inselattraktivität, die wir nämlich immer hier oben auf diesem Symbol abfragen können. Diese Insel, auf der wir uns hier gerade befinden, hat eine Attraktivität von 246 der Zeit und den Titel Anständige Siedlung und darunter können wir hier immer die positiven Effekte und die negativen Effekte bezüglich der Inselattraktivität uns anschauen. Beispielsweise haben wir derzeit keine kulturellen Ornamente, deswegen kriegen wir auch Nullpunkte. Wir haben aber sehr viel unberührte Landschaft, deswegen 246 Naturpunkte. Es gibt keine Feste, deswegen dort auch Nullpunkte. Andererseits haben wir aber auch keine Unordne, wie beispielsweise Schweinefarm oder solche Dinge, die eben Gestank oder Lärm verursachen und unsere Einwohner bzw. unsere Insel unattraktiv machen. Umweltverschmutzung, keine Schwerindustrie, wie jetzt zum Beispiel die Stahlproduktion. Und es gibt auch derzeit hier keine Kriege, Bürgerkriege oder Aufstände. Wie man jetzt vielleicht schon ab den Bauern, da habe ich zum Beispiel jedenfalls sonst immer nur so das Ziel, möglichst schnell die nächste Bevölkerungsstufe, nämlich die Arbeiter zu erreichen. Aber wie man vielleicht schon da anfangen kann, als Schönbauer besonders schöne Dinge zu bauen bzw. Attraktivitätspunkte für die eigene Insel zu sammeln, das gucken wir uns jetzt an. So, schauen wir uns also grundsätzlich mal an, wie ich eigentlich so eine Inselsiedlung aufbaue immer am Anfang und wie man da dann eventuell verschönern bzw. verzieren kann. Ich baue immer so einen Marktplatz hier und umrahme den kreuzförmig sozusagen mit Straßen. Also ich habe in alle Richtungen dann hier so Straßen mit Platz dazwischen. So, mache das auch in diese Richtung. Ne, die war aber jetzt falsch tatsächlich, die Straße, denn diese Straße müsste hier vorbeigehen. So, wie gesagt, der wird richtig schön eingerahmt mit diesen Straßen und dann habe ich so ein Straßenkreuz hier mit dem Marktplatz in der Mitte. Das ist immer so mein Grundaufbau einer Siedlung. Kann man natürlich auch anders machen. Ich mache es so. Und dann lasse ich diese hier, diese Plätze hier, diese Zwischenräume, die lasse ich alle frei und baue meine Häuser beispielsweise hier hin und dorthin. Wie groß ich die Blöcke jetzt im Endeffekt mache, ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt da ja Freunde dieser 6er-Blöcke. Es gibt aber auch Leute wie ich, die inzwischen sagen, nee, nee, ich kann auch mehr als 6 ruhig bauen, denn nimmt er sonst nur Platz weg. Geht so ein ganz klein bisschen schon wieder in Richtung Rekordbau, obwohl ich auch kein Rekordbauer bin, kein Ausgewiesener. So, und dann baue ich dir wieder so Straßen um und so. Und jetzt kann ich das natürlich beliebig in jede Richtung, sage ich mal, erweitern. Ich will euch ja nur mal zeigen, wie das vom Prinzip her hier funktioniert bei mir. Also das wäre so der grundsätzliche Ausbau, den ich jetzt in alle Richtungen hier, na, was ist hier los? So, den ich jetzt in alle Richtungen noch dementsprechend erweitern kann. Ja? So, und jetzt geht es schon los. Warum lasse ich diese Felder hier frei, wird sich der ein oder andere vielleicht fragen. Was soll ich mit dem ganzen Platz? Nun, wir brauchen ja später mal, neues Zwischenziel, nämlich Dorf. Wir brauchen ja später mal noch Platz, um beispielsweise Schienen und Elektrizität in unsere Stadt zu bekommen. Den habe ich immer noch, den Platz. Wir brauchen schon am Anfang jetzt Platz beispielsweise, und da sind wir beim ersten Thema, was den Schönbau angeht. Wir brauchen Platz, um unsere Feuerwehrwache hier irgendwo einzubauen. Und die passt jetzt bei mir ganz, ganz großartig hier zum Beispiel so rein, ohne dass ich Platz verschwende. Ja? Ich könnte die also zum Beispiel hier hinsetzen. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist fertig. Ich mache meine Straße wieder hier hinter, und dann ist es gut. So würde ich das auch normalerweise machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ganze vielleicht wirklich ein bisschen schöner bauen, warum nicht hier vorne einfach einmal freilassen, das Ganze mit einer Straße hier zum Beispiel mittig anschließen, und jetzt den freigebliebenen Platz einfach nutzen, um hier zum Beispiel so ein Bäumchen hinzusetzen, auf die andere Seite vielleicht auch. Dann machen wir auf der einen Seite nur eine schöne Wiese, und hier gibt es da einen so einen Busch. Und schon habe ich meinetwegen hier ein bisschen Grünfläche geschaffen in meiner Stadt. Jetzt kann ich natürlich dahinter auch noch wieder einen Platz lassen, und kann sagen, ich nutze diesen Platz hier wieder entsprechend, um ein bisschen was Schönes zu machen. Baue hier noch meinen Brunnen hin, habe hier noch mal sowas. Ja, ich sage einfach mal so, in die Runde. Hä? Richtung? Klein Sprachfehler. Und schon habe ich das Ganze hier eigentlich ganz nett eingebaut. Ich habe ein bisschen Grünfläche, und das Ganze sieht viel netter aus, als wenn ich jetzt einfach nur mit Straßen zugebaut hätte. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, nee, nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte zum Beispiel die Feuerwehrwache lieber hier hinbauen. Das mal als anderes Beispiel. Mach die aber auch direkt dahinter wieder zu, ohne jetzt viel Platz zu verschwenden, und gewinne dadurch den Platz, um ein klein wenig Schönbau zu betreiben. Zum Beispiel mit diesem Bäumchen und dem Brunnen, und meinetwegen hier noch mal so einen kleinen Busch. Ja, also es gibt da ganz vielfältige Möglichkeiten. Einfach versuchen, diese kleinen Leerräume, die sich manchmal ergeben, wenn ich eben in meinen Stadtlayout was einbaue, dann zu nutzen. Und schon, wenn ich mir das Ganze jetzt auch im First-Person-Modus hier zum Beispiel anschaue, finde ich, sieht das Ganze viel, viel schöner und gemütlicher aus, als wenn ich einfach nur hier effizient gebaut hätte. Natürlich kann ich das Thema Schönbau bei den Bauern nicht nur auf meine Siedlung, meine Stadt forcieren, wie das viele, viele tun, sondern auch in meine Industrien einfließen lassen. Wenn wir zum Beispiel hier unsere erste Schnapsproduktion aufbauen, hier also mal so einen Kartoffelhof und eine Schnapsfarm aufbauen, das Ganze jetzt mit Feldern ausstatten. Ich mache das mal erstmal so, und dann ziehen wir das hier noch groß mit den Feldern. Jetzt haben wir 69 von 72, soll erstmal reichen. Jetzt würde doch gar nichts dagegen sprechen, zum Beispiel hier den großen Baum entsprechend zu nehmen und zu sagen, man rahmt das Ganze hier so ein ganz klein bisschen ein. Ja, in so, eben, wenn man dann später mehr verschiedene Bäume hat, könnte man natürlich auch unterschiedliche Bäume nutzen für den ganzen Spaß. Ja, und dann mache ich hier so eine schöne Kette drumrum und dann kopiere ich eben hier den ganzen Kladderadatsch zum Beispiel wieder und setze das Ganze nochmal an die andere Seite dran und dann nochmal wieder da dran. Ja, und so sieht doch im Endeffekt so eine Industrie, sag ich mal, schon viel netter. Jetzt fehlt natürlich hinten immer genau ein Baum. Was habe ich mir dabei gedacht? Da fehlt einer, da fehlt einer und da fehlt einer. So, dann sieht doch so eine Industrie hier auch schon viel netter aus, als wenn ich die jetzt beispielsweise einfach nur eng an eng für bösste Ökonomie aneinander geklatscht hätte. Mit der kleinen Erweiterung der landwirtschaftlichen Ornamente, die man auch hier bei den Bauern findet, lässt sich beispielsweise sogar auch so eine Schäferei oder Arbeitskleidungsproduktion noch weiter optisch aufwerten. Einfach zum Beispiel so, sag ich mal, hier angeschlossen mit einer Straße. Wir nehmen die landwirtschaftlichen Ornamente und bauen jetzt einfach so ein kleines Zäunchen hier dran. Dann braucht das Ganze natürlich hier noch seine Felder oder seine Schafpferche dementsprechend. Dementsprechend so und so. Ich sage jetzt einfach mal in diese Richtung. Dann haben wir hier die erste Straßenabtrennung. Bauen hier also eine kleine Kurve rum. Ja, also man sieht schon, man kann mit diesen ganzen Ornamenten unfassbar viel hier dementsprechend, na so natürlich nicht, unfassbar viel verschönern, wollte ich sagen. Und das wertet das Ganze rein optisch, sage ich mal, doch auf, als wenn ich jetzt nur zum Beispiel die gleiche Geschichte immer wieder da hinten baue. Und dann hier hinten im Garten zum Beispiel eine Schaukel für die Anwohner aufgebaut. Also da gibt es so unfassbar viele Sachen. Was gibt es hier noch? Es gibt hier den Holzstapel zum Beispiel hier drüben. Den könnte man jetzt wieder da hin machen. Auf der anderen Seite ein Plumpsklo natürlich. Plumpsklo sollte nicht so weit weg vom Haus sein, finde ich. Da, was haben wir noch? Vogelscheuche vielleicht irgendwo hier hin, damit eben die Vögel nicht so nah rankommen. Wir können hier noch einen Wegweiser zum Beispiel mal hier vorne hinsetzen, damit man weiß, wo es lang geht. Wobei der macht eigentlich mehr Sinn hier an der Straße, so ein Wegweiser, ne? So, und man sieht mit diesen ganzen Dingen gewinnt das doch hier nochmal unfassbar einfach an optischem Glanz, die ganze Geschichte. Ich baue das jetzt mal gerade zu Ende und lasse euch hier mal noch ein bisschen in der Leitung. Wen das interessiert, der kann ja gerne weitergucken. Ansonsten einfach, nein, so nicht, einfach vorspulen. Ich habe da unten wieder die Timestamps in meinem Video drin. Da kann man sich ja immer zum nächsten Thema dann schon dementsprechend vorarbeiten. Wir machen hier mal zu den ganzen Garten. So, was haben wir noch nicht gebaut? Den Holzstapel hatten wir, Holzzaun-Eingang. Ah, okay, da könnte man sogar hier vorne einen Eingang hinbauen. Den lassen wir jetzt aber mal gerade weg. Ich glaube, wir haben dann fast alles. Die Heuballen könnten noch dabei sein. Und wir haben hier noch die Wäscheleine zum Beispiel hier hinten. So, und dann sieht sowas doch echt schön aus. Jetzt wieder zurück zu den Bäumchen hier und dann mal noch da einen Baum rein, so ein bisschen, damit das Ganze ein bisschen natürlicher wirkt im Endeffekt. Ja, und dann sieht das doch hier, nee, der vielleicht nicht unbedingt, sieht das doch hier richtig, richtig schick aus, diese ganze Geschichte. Und man hat Schönbau und Effizienz, sag ich mal, in gewisser Weise ein bisschen miteinander kombiniert, denn wir schaffen es auch hier natürlich auf 100% und haben aber eine echt schöne Ecke kreiert. Es gibt wahrscheinlich so viele unendliche Möglichkeiten mehr, bereits bei den Bauern anzufangen, schön zu bauen und sich als Schönbauer zu verwirklichen. Mir fallen spontan solche Dinge ein, wie eben Allee-Straßen dann irgendwann in seine Städte zu bauen, zum Beispiel so, indem man auch hier wieder anfängt und eben hier solche Bäume dann integriert. Auf der anderen Seite wären dann dementsprechend wieder die Häuser. Ja, ich sag mal, solche Geschichten könnte man machen. Es gibt so viele Ideen und ich denke, ihr habt da bestimmt noch viel, viel schönere und viel, viel bessere Ideen, als ich die jetzt habe, weil ich, ich wiederhole das gerne, kein ausgewiesener Schönbauer bin und da auch gerade in meinen Spielständen, wenn ihr meinen Stream schaut, seht ihr das, nicht wirklich viel Wert drauf lege. Deswegen, ich hoffe, das konnte ein kleiner Denkanstoß heute sein, für die, die Lust haben, mal ein bisschen mehr schön zu bauen in Anno 1800. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, ist das ein Thema, was euch anfixt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Soll ich weitere Folgen machen zu den Themen Schönbau bei den Arbeitern, Schönbau bei den Handwerkern und so weiter? Schreibt mir das in die Kommentare, ob euch das heute gefallen hat, ob euch das was gebracht hat, wenn der Heinz, der keine Ahnung von Schönbau hat, über Schönbau spricht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Heinz. Tschüss. 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 Tschüss.